Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz normalen Let's Play mit dem 62a, wo ich gestern erfolgreich meine Stats komplett geruint hab. Und zwar um, ja, wie man sieht, 211 Duschets Damage runter. Yay! Ja, ich bin in dem Fall eine Stats-Hure. Sage ich hier auch ganz offen. Und jetzt pushen wir den Damage hoffentlich bald, oder hoffentlich wieder hoch. Ich werde Rationen reinnehmen. Nichts. Nee. Nee, ich hab gestern in Team Battles in Coppa, die so oft gebrannt mit dem Ding. Und bin auch, glaub ich, zweimal... Ich glaub, ich hab echt viermal gebrannt, oder so. Ich mein, wenn man so eine FV-Kelle abbekommt, ist die Wahrscheinlichkeit auch, denke ich, ein bisschen höher, dass man brennt, als... Was weiß ich, wenn man eine IS-7-Frontal in der Wanne schießt. Aber das war schon nicht ganz so angenehm. Ja, gestern war Fight Night und ich hab mal wieder festgestellt, dass Kompanie eigentlich einfach nichts für mich ist. Für mich Stats-Hure, ähm... Ich hab immer im Hinterkopf meistens, dass ich in den Matches quasi meine Stats... Oder meine, meine... Ja, meine Stats auf dem Panzer, nicht meine allgemein, weil die allgemein... Ja... Ähm... Nur auf dem Panzer halt. Und das... Das... Ja... Hab ich dann immer so im Hinterkopf. Und, äh... Ja, ich denke, ich werde mal einfach kurz was davon erzählen. Für die Leute, die nicht da waren. Ich hab gestern auch gestreamt. Äh, anfangs mit der Truppe von Alka-Amba, weil Lucky Few noch nicht am Start war, weil noch CW und so weiter und so fort. Und, ähm... Ja, da lief's gar nicht so schlecht. Also, ich hab auch T2 und NETZA gespielt. Wir sind T10er gefahren und... Äh, es lief jetzt... Wie gesagt, es lief nicht schlecht. Aber irgendwie... Auch nicht so mega gut. Also, ich weiß es nicht. Es war halt schon da ziemlich gemischt. Äh... Es hat sich auch nicht im Laufe des Abends wirklich geändert, aber es war immer so gemischt. Ein gutes Battle, ein schlechtes oder so. Und dann halt teilweise echt ein sehr schlechtes. Und, äh... Ja, an sich jetzt auch nicht so schlimm. Und... Aber dann hab ich halt irgendwie... Ja, Kompanie ist halt eigentlich... Ich find Bollwerk da die viel bessere Lösung. Klar ist es für diesen... Für die Fight Night im Sinne keine Option wirklich. Aber es ist halt für mich an sich die bessere... Möglichkeit letztendlich, ja... Zu fahren. An sich ist eigentlich ist, äh... Kompanie halt für mich Training. Äh, ein Modus, wo man trainieren kann. Zumindest früher. Heutzutage brauchen wir das ja nicht mehr. Da zockt man halt Bollwerk. Und, äh... Deswegen... Deswegen rekt. Rekt 140er. Äh, ja, hab ich da so ziemlich schnell so ein bisschen Spaß gemacht. Verloren und, äh... Dann hab ich mich aber nochmal aufgerafft, quasi. Ups. Das hätt ich jetzt nicht gedacht. Und bin mit, äh... Ja, der Lucky Few Truppe oder... Teil davon. War ja nicht ganz so viel dabei. Mit dem Arms. Hahaha. Da an den Start... Gegangen. Eigentlich wollte ich einen Blindshot setzen, aber... Ja, und... Das war auf jeden Fall... Es lief genauso, äh... Von meinen, äh... Es hat meine Sätze genauso ruiniert, aber... Es hat einfach... Ab dabei viel Bock gemacht, weil es halt... Genau dieses war. Wir waren halt meistens alle recht... Oder wir waren... Wir waren... Ein großer Teil recht gute Spieler. Und dann hatten wir halt, äh... Es war noch so, ich sag mal ein paar random Leute dabei. Die halt einfach... Gefragt haben, ob sie mit konnten oder so. Boah, bleib doch mal da stehen. Mein Gott. Und, ähm... Ja, es lief halt. Wir sind ziemlich... Wir sind nur Mediums gefahren. Wir sind plötzlich das Mediums-Set-Up gefahren. Unsere... Heavys waren quasi vier E-50M. Mehr Mafiaten. Weil die wollten alle das Ding nicht spielen. Und ich hatte ihn nicht. Dann hätte ihn da gar nicht gefahren. Ähm... Und bin dann halt den ganzen Abend eigentlich 20 Jahre gefahren. Und ich habe mir ja Kopfverkauf... Vergehauen ist jetzt. Das ist... Ja. Ui. Loll. Ja, und, äh... Das habe ich dann auch so durchgezogen. Und es hat echt krass viel Bock gemacht. Also das hätte ich dann selber auch nicht erwartet. Und ich hatte so viel, ja... Spaß quasi... An diesen Wettels. Unter anderem... Ist abends Grüße... Dicke Grüße an dich. Auch daran schuld. Nämlich, äh... Er hatte halt die... Matches geleitet quasi. Und, äh... Hat sich dann halt aus Spaß... Eingetrunken quasi. Oder auch zwei. Oder auch drei oder vier. Ein paar Käpt'n morgens halt. Und der rommelt mich jetzt, oder wie? Hier ist man wieder. Ich muss ihn wieder lösen. Hier ist... Gertrackt. Reparier das mal, weil ich mir... Bisschen zu viel Sorgen mache mit der Artie. Ähm... Ja, der war dann halt nach... Nach, äh... Ein paar Stündchen schon ein bisschen eingedrucken. Es war einfach zum... Es war zum Grill. Es hat einfach dadurch so viel Bock gemacht. Und er hat halt... Bis zum Ende... Hat der's, äh... Durch... Durchgehalten quasi. Bis zum Ende hat er da den Feld... Äh... Den Feldi gespielt. Den Feldi gemacht. Und... Äh... Uns dazu... Zu manchen Siegen, äh... Geführt. Und zu manchen grandiosen Niederlagen. Aber... Es hat auf jeden Fall dann... Ziemlich viel Spaß gemacht. Weil... Ja, es war halt... War halt nicht ganz so... Ja, keine Ahnung. Es war einfach spaßig dann. Und... Was ich gerade mache... Ist eigentlich nie so schlau mit dem Arsch zu Art. Hier ist nie gut. Und, äh... Ja, was halt auch ganz cool war... Wir sind halt dann letztendlich auch ziemlich... Äh... Wie soll man sagen... Ja, wir sind schon ziemlich YOLO gefahren. Also ziemlich gefahren, wie wir wollen. Z-up mäßig war dann am Ende immer... Ja, ich will die und die Panzer und dann... Fuck auf! Nimm selbst was du willst! Oder sowas. Ja, das war halt dann schon... Schon ziemlich... Äh... Ja. YOLO-Quaren. Und, äh... Es hat mir auf jeden Fall, aber wie gesagt, echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch gerade deswegen, weil es halt nicht so tryhard war. So von wegen... Ja, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen und... So und bla und blub. Sondern es war halt eher so... Ja... Wir spielen for fun, aber mit einem halbwegs Setup, womit man gewinnen könnte, quasi. Und, äh... Ja, das war auf jeden Fall richtig funny. Nächstes Mal werde ich denke ich auch dabei sein. Ich hoffe dann... Bis abends wieder mitfährt. Und dann... Denke ich machen wir zu zweit. Ne Drunken Fight Night. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Hat am Nebenabend leider nichts mehr da. Ups. Dann bin ich rausgeswitcht. Die Runde war auch nicht so gut. Aber naja, ich hab vielleicht... Zu viel aufs... Erzählen... Konzentriert. Ja. Wenn ja wobei... Wenn ich einen Blindshot getroffen hab... Ja, passt. 2,9. Ist ja immerhin jetzt mal im Durchschnitt. Oh Mann ey. Naja, wie gesagt. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Und, äh... Auf jeden Fall am Ende dann quasi... Ich hab... Ich hab alles... Keine Sorge. Ich hab alles auf der Platte. Und ich werd auch... Ich werd abends natürlich vorher fragen. Ähm... Ob das für ihn da so okay ist. Und werd dann auch ein paar Highlights schneiden. Dann guck ich halt, ob es für ihn okay ist. Dass ich die hochlade. Ähm... Weil er war in dem Fall halt echt... Unser Feldkommandant. Und die Unterhaltungsmaschine quasi. Wir waren teilweise einfach nur am gröbeln wegen ihm. Das war einfach zu geil. Wie gesagt. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ich hab das... Den Stream dieses Mal... Äh... Das erste Mal quasi auch... Gleichzeitig direkt auf die Platte geladen. Ist natürlich nicht super Qualität. Muss ich sagen. Also diese Qualität ist over the top quasi. Im Gegensatz zu dem was ich da hab. Das ist halt nur 27p... Äh... In guten Stream. Quasi. Also es ist an sich... Gutes 27p. Aber halt in Stream. Und... Äh... Das sagt eigentlich schon alles. Aber es ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn ich das nochmal durchführe, ist es vielleicht sogar noch ein Stück besser. Äh... Es sind auf jeden Fall 5, 6 Stunden, die ich da aufgenommen hab. Äh... Wo das da halt mit Lucky war. Wir haben bis 5 Uhr gespielt. Danach haben wir dann langsam keine mehr gefunden. Und... Wir wurden alle müde. Ich hab noch dreckiger gespielt. Und... Ja. Abends hat dann... Am Ende gar nichts zu Ende. Mit der Witsch angesagt. Aber ne ja, wie gesagt, es war echt spät. Spät. Und... Ja, auf jeden Fall cool, dass er das gemacht hat. Cool, dass Lucky Few in dem Format sowieso dabei war. Was ist denn hier? Ich wollte das Objekt gerade hingeballert. Was war da irgendwie da hin? Oh, shit. Zu früh. Wissen wir nicht, was da oben kommt. Nicht ganz so gut. Lel. Ja, und da haben wir auch eine Fun-Runde gemacht mit, äh... Ich mit T219 und sonst nur Bettys. Und ich hab nichts getroffen. Das Gegner hier war voll E100 auf der Map. Und ich hab einfach nichts getroffen, ey. Das war so behindert. Ich hab... Ich hab einfach kein Glück gehabt in der Runde. Lol, ES7 ist hier. Geil. Geil, ES7. Danke. Für nichts. Ja, der E7 ist hier falsch. Und wenn soll er in Damage tanken? Er macht hier nichts. Was? Das gibt's nicht. Und der Schuss fliegt hoch. Auf seine fucking Wanne. Ich hab ja extra noch... ...extra noch ein bisschen genauer geaimt, damit ich seine... ...seine Kette da treffe. Und der trifft mich trotzdem. Er mit seiner Scheißwumme hier, äh... Sowieso ein Bot wahrscheinlich. Ach, Mann. Ja, er könnte hier echt guten Damage fangen. Aber... ...anstatt das zu machen, hängt er mir meine... ...seine Kanone in... ...in die Phrasen. Und er trifft mich wieder. Ey, es gibt es einfach nicht. Mann, 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 Mann. Jo, 8-0. Lol. Lol, mit normaler Muni. Hätte ich nicht erwartet. Aber natürlich umso nicer. Was? Thanks. Thanks. Thank you, Reno. Object-to-Reno. For... ...shilde Reno-me... ...Reno... ...irgendwie du was. Hat mir auch immer gut geschildert. Bitte kann... ...bitte, bitte lass... ...dass du nicht schießen willst. Good. Nice. Nice. Schade. 15. 21. Ah, aber ist okay. Ich hab ein Schaden noch. Wenn ich da der Damage-Dinker war. ...und... ...der Damage-Dialer. Ah, ich hab' ge-dealed. Ja, schöne Runde. Ich hab'... ...er hat ein Schuss mehr kassiert. Wow. Tor... ...zwei Tor-Spittels. Oh. Ja, sieht man schon. Er tankt weniger Damage für Leute. Aber, naja. Läuft. 3,8 Damage. Schön. Äh, was mich ein bisschen gewundert hat gestern. Meine Crew ist echt überhaupt nicht vorangekommen. Ich mein, klar, wenn man verliert, kriegt man bei Coppa überhaupt nichts an XP. Wenn man gewinnt, halt, äh, tief viel, aber... ...nicht gefühlt, ich bin nicht mehr willkommen. Aber, naja. Ansonsten... ...würde ich sagen, das war's für dieses, äh, Mal. Am... Um 18 Uhr. Offensichtlich sehr, sehr pünktlich. Wenn nicht überpünktlich. Äh, gibt's World of Tanks Generals auf meinem Channel und danach noch eventuell normales WOT. Und, ähm, ähm, Stream, also. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und die Highlights werden irgendwie nächste Woche kommen. Es sind wieder fast 6 Stunden, meine ich. Das muss ich irgendwie verarbeiten, die Highlights rausschneiden. Das wird wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden brauchen, bis ich da die Highlights hab. Ich werde mehrere Videos dazu machen. Habt da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und, ähm, ja. Euch noch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tötele.